60 Prozent aller E-Autos fahren in Unternehmen. Das schnelle Aufladen ist wegen zu weniger Ladestationen bisher ein Problem. Weil wir nicht für jeden Mitarbeiter eine eigene Ladesäule vorhalten. Das ist ja auch nicht so wirtschaftlich dann. Ein Startup-Unternehmen will das Problem jetzt lösen, indem es die vorhandenen Ladesäulen besser auslastet. Es geht ganz stark darum, das Kundennutzererlebnis zu optimieren. Viele ärgern sich über lange Ladezeiten, kommen nicht dran. Max will es genau wissen. Wie gut ist die Idee wirklich und kann sie dazu beitragen, Elektromobilität bei Firmen und auch privat voranzutreiben? Klischee, Klischee. In jedes ordentliche Startup-Unternehmen gehört natürlich ein Tischkicker. Teambuilding und so. Masi Akbar, der CEO von InnoCept Mobility, spielt gerne mit. Am Tischkicker wie im wirklichen Leben. Mit ihrer neuen Software-Idee versuchen er und seine Partner, den entscheidenden Treffer zu landen. Unsere Software-Lösung OmniCharge bietet eine Betriebs- und Verwaltungslösung für E-Autoladestationen am Unternehmen. Das heißt, wir fokussieren vor allem das Thema Laden am Arbeitsplatz. Da geht es eben darum, alle Themen, die anfallen, auch wirklich abzudecken. Aber, und da unterscheiden wir uns von den anderen Anbietern, eben alles hochautomatisiert abzubilden, sodass eben das Unternehmen nur Mehrwert hat und eben keinen mehr Aufwand hat. OmniCharge heißt die Software, die Masi Akbar mit seinen Mitgründern Dima, Ilja und Maurice, letztere sind heute nicht da, entwickelt haben. Sie ist schon marktreif und überall einsetzbar. Wichtig bei unserer Software-Lösung ist auch, wir sind komplett herstellerunabhängig. Ihr seht, wir haben hier eine Keba vom Hersteller, einen anderen Hersteller und wiederum einen anderen Hersteller. Und dafür sorgen wir auch immer, dass egal welche Ladestation der Kunde vielleicht schon vor uns vorinstalliert hat, wir können uns dann sie anbinden und können sie trotzdem steuern. Die Software funktioniert dann über eine App auf dem Handy. Ein Unternehmen steuert die Auslastung seiner Ladesäulen über die App oder ein Dashboard. Die Mitarbeitenden sind die Nutzer der App und werden in Gruppen beziehungsweise Teams eingeteilt. Ein Team ist eine Nutzergruppe. Eine Nutzergruppe können Mitarbeiter mit ihren Dienstfahrzeugen sein, Mitarbeiter mit privaten Fahrzeugen, Flottenfahrzeuge, teilweise auch Gäste. Und jeder dieser Teams hat dann eigene Konditionen, zu denen er an den Ladestationen laden darf. Konditionen heißt im Endeffekt Öffnungszeiten oder Zugangszeiten, Preise, entweder kostenlos, kostendeckend oder eben bei Gästen oder extern auch nochmal mit einem höheren Preis. Apropos Preis. Kein Start-up ohne Investor. Erik Schott ist Realisierungsmanager und findet, dass die Idee seiner Schützlinge zur geplanten Energiewende beitragen könnte. Ich denke, Energiewende ist einfach ein Riesenthema. Und da brauchen wir ganz viele kleine Bausteinchen. Und aus meiner Sicht hat Internship Mobility da einen total coolen Baustein. Etwas, was viele Firmen benötigen. Wir haben Knappheit an Ladeinfrastruktur. Das heißt, da ist also auch nochmal ein Beschleunigungseffekt drin. Ich finde das super. Aber funktioniert die Idee auch in der Praxis? Wir sind bei einem typisch mittelständischen Unternehmen mit 350 Mitarbeitern, das Bühnenbautechnik herstellt. Es ist nach einer Pilotphase einer der ersten zahlenden Kunden der Softwareentwickler. Wir haben uns getroffen auf einer Nachhaltigkeitskonferenz und hatten das Problem einfach als Firma, dass wir durch die immer mehr Elektrifizierung unserer Flotte, aber auch, dass wir das kostenlose Laden für alle Mitarbeiter erlauben. Und dass es immer mehr Fahrzeuge wurden. Sondern hatten wir einfach das Problem, dass wir halt das organisieren müssen. Und so wird's organisiert. Eine Mitarbeitende erhält während der Arbeitszeit eine Push-Nachricht, dass ihr E-Auto fertig geladen ist. Idealerweise kann sie sofort ihren Wagen umparken und macht so die Ladestation frei. Eine andere Mitarbeitende, die sich im System angemeldet hat, erhält ebenfalls eine Push-Nachricht, dass eine Ladesäule frei geworden ist und beginnt im besten Fall sofort mit dem Ladevorgang und kehrt an ihren Arbeitsplatz zurück. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem System gemacht, weil wir halt es damit schaffen, dass wir die Mitarbeiter, die privat hier laden bei uns, aber auch die Firmenfahrzeuge in eine gute Abstimmung und eine gute Auslastung zu bringen. Und dadurch auch die Wartezeiten für die Kollegen hier deutlich zu reduzieren. Und somit haben wir halt echt eine höhere Effizienz pro Säule. Die Optimierung der vorhandenen Ladesäulen soll nicht zuletzt Kosten einsparen helfen. In einem ersten Schritt um 30 Prozent. Später dann sogar um 50 Prozent. Das heißt aus den Ladesäulen die doppelte Leistung generieren und dadurch die Kosten für weitere Säulen einsparen. Außerdem soll die Software helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eine Beispielrechnung? Bei einer Firma mit 300 Mitarbeitern, von denen etwa 50 Prozent von einem Diesel auf einen e-Pkw umsteigen, weil das Laden kostenlos ist, lassen sich circa 210 Tonnen CO2-Ausstoß einsparen. Masi Akbar und seine Partner arbeiten schon am nächsten Schritt. Omni-Home heißt die Software, die es den Mitarbeitenden eines Unternehmens ermöglichen soll, ihre Fahrzeuge zu Hause auf Kosten des Arbeitgebers laden zu können. Wenn man dann den Mitarbeitenden das auch noch mal leichter macht, vielleicht das Auto zu Hause zu laden oder das auch noch finanziell irgendwie attraktiver macht, das ist wieder so ein Punkt, da geht die Hemmschwelle nach unten und es kommen dann vielleicht doch ein paar, die sagen, ah ja gut, jetzt ist Zeit für ein Elektroauto. Das Start-up steht für viele junge Unternehmen, die mit digitalen Ideen die Energie- und Verkehrswende vorantreiben können. Vielleicht ist nicht jeder Schuss ein Treffer, aber das überhaupt auf diesem Feld gespielt wird, ist wichtig. Wirtschaftlich, technisch und nicht zuletzt fürs Klima. Sehr schön, super. Und damit passt das, okay.